Die Spannungen im Nahen Osten sind auf ihrem Höhepunkt. Laut The Wall Street Journal verlegt der Iran Raketenwerfer und führt militärische Übungen durch, um sich auf den angekündigten Angriff auf Israel vorzubereiten, den er für die Ermordung des Hamas-Führers und eines Kommandanten der libanesischen Terrorgruppe Hezbollah verantwortlich macht. Hamas hat unterdessen einen Nachfolger für Ismail Haniyeh ernannt. Es handelt sich um Yaya Sinwar, den Anführer des Gaza-Fraktion und Organisator der Angriffe vom 7. Oktober auf Israel, der von Israel am meisten gesuchte Mann. Die Wahl, so ein Hamas-Beamter, soll eine starke Botschaft des Widerstands an Israel senden. Hezbollah-Führer Nasrallah hat ebenfalls angekündigt, dass die bewaffnete Antwort auf Israel gemeinsam mit dem Iran und dem Jemen erfolgen wird. Auch die Amerikaner beobachten die Situation. Verteidigungsminister Lloyd Austin hat erklärt, dass Angriffe auf amerikanische Truppen im Nahen Osten nicht toleriert werden. Von seiner Seite hat Präsident Wladimir Putin Teheran aufgefordert, zivile Opfer bei der Reaktion auf Israel zu vermeiden. Untertitelung des ZDF, 2020